Da ist nämlich, hier geht's runter, gehen wir einfach weiter und hier ist eine Treppe und eine Leiter, da gehen wir hoch, weiter und dann kommen wir hier schon mal, hier sitzt schon mal Holz, gehen einfach weiter und dann haben wir hier die Bilder-Lounge, Fragezeichen, willkommen in der Bilder-Lounge. Einen verlautschenen Tag wünsche ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch in der meinsucht.net Lobby's 3 Secrets, die ihr wahrscheinlich noch nicht kanntet. Secret Nummer 1 befindet sich bei der Angel, also Knock FFA. Wir spawnen auf diesem Boot, wir müssen jetzt erstmal hier am Strand lang, wir haben ja hier die ganzen Ligen, dort haben wir das Volleyballfeld, was man halt spielt und hier noch ein paar Ligen. Wir müssen hier erstmal weiter, dann kommt hier eine Badestelle nochmal mit zwei Laken, wir gehen noch weiter und dann haben wir hier eine kleine Sandburg mit einer Feuerstelle. Habe ich noch nicht gekannt, kein großes Secret, deswegen ist es nur auf Platz Nummer 3. Jetzt kommen wir zu Platz N Nummer 2. Wir müssen vom Spawn aus einfach komplett einfach nur hier gerade durch bis zum, fast zum Ende der Map laufen. Und wenn wir hier jetzt sind, dann wird hier die Bäume erscheinen, dann müssen wir hier einfach lang und dort haben wir das Secret auch und zwar haben wir hier eine kleine Aussichtsstelle. Da kann man sich einfach hinsetzen und einfach mal hier, ja, das schön glatte Meer, wo nix drin ist, ja, genießen. Hier geht's aber auch noch rein und dann können wir hier einfach langlaufen. So, und dann geht's hier hoch und wenn man jetzt hier rechts lang geht, dann kommen wir zur Community, gehen wir aber in die andere Richtung, also links lang hier. Hier, dann müssen wir den Gang dort nehmen, hier lang und dann hier runter und dann sind wir hier in einer Mine und hier ist, ja, TNT Jump oder TNT Run hier hinten. Und wenn wir hier schon mal sind, machen wir auch gleich Platz Nummer 1. Einfach mal umdrehen über die Brücke rüber, dann gehen wir hier rein, dann einfach hier lang, weiter, wir gehen zur rechten Seite, da keine Ahnung, warum Bad Truck da ist. Wir gehen hier weiter, so, geradeaus, geradeaus. Dann gehen wir links, dann tun wir hier weiter, da ist nämlich, hier geht's runter, gehen wir einfach weiter und hier ist eine Treppe und eine Leiter, da gehen wir hoch, weiter und dann kommen wir hier schon mal, hier sieht's schon mal Holz, gehen einfach weiter und dann haben wir hier die Bilder-Lounge, Fragezeichen, willkommen in der Bilder-Lounge, also durch die Bilder-Lounge, hier haben wir, ja, warum auch immer Pilze, dann können wir hier einfach runtergehen und uns dazu gesellen, ja, hier hinten, da geht's doch ein bisschen weiter, da ist aber ansonsten nix mehr. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dieses Secret, wo ich gerade bin, hat mich am meisten überrascht, ich wusste selber gar nicht, dass es dieses Secret gibt, aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer eine positive Bewertung da, abonnieren, Glock aktivieren, wir sehen uns montags, mittags und freitags um 15 Uhr, haut rein und ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal, ciao!